Lauter Gänse. Hallo Mädels. Ich bin die Sid. Ich habe ein bisschen Angst. Na ihr? Darüber würde ich nicht gehen. Die können mich ganz schön beißen. Na los, nochmal. Die haben noch nie ein Erdmännchen gesehen. Das glaube ich wohl auch. Und noch nie eins mit Mütze. Denke ich mal eher so. Meinst du? Hallo. Sag mal was. Wie heißt denn hier Schnecken? Wie heißt denn hier Schnecken? Ihr seid aber hübsch. Naja. Aufregend ist es ja schon. Hallo. Na kommt. Die sind langweilig. Die machen nichts mehr. Hey, 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 hey. Ich weiß nicht, nersch. tested hier.